Verstehst Sie das Wort Gag? Gag, Spaß. Noch einen kleinen Spaß zu diesem Thema. Und noch einige Tage zu diesem Thema. Ich bin auf einem Seminar von einer Frau einmal angesprochen worden. Одnmal, in einem Seminar, kam eine Frau. Kann es sein, dass ich von Aloe Vera schwanger geworden bin? Was habe ich ihr geantwortet? Dann müssen Sie noch etwas anderes gemacht haben. Was war Ihr Problem? Sie war bei 30 gynäkologen. Weil sie ist nicht schwanger geworden. Alle gynäkologen haben zu ihr gesagt, vergessen Sie es, Sie werden nie schwanger. Все gynäkologen ihr отвечали, забудьте об этом, Sie können nicht schwanger werden. Dann war sie auf meinem Seminar. Und dann hat sie gehört, was ich zum Thema schwangerschaft gesagt habe. Dann kam sie nach dem Seminar zu mir. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und wollte von mir Hilfe. Und sie wollte, dass ich ihr Hilfe. Und dann hat sie mir gesagt, vielleicht geht's doch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie und Ihr Mann müssen Aloe Vera trinken. Sie und Ihr Mann. Warum? Warum? Meistens sind die Männer die Versager. Потому что часто бывает, dass es aus dem Mann nicht die Mänen ist. Nicht Sie, Frau, die Männer. Dann sind die Mänen nicht die Mänen. Die Mänen tragen zur Schwangerschaft ja nicht viel bei. Хотя Mänen nicht so viel in die Mänen. Sie und so viel in die Mänen. So kleine Kerle. Mit einem dicken Kopf. Und einen kleinen Schwanz hinten dran. Und einen kleinen Schwanz hinten dran. Kennen Sie diese Kerle? Вы знаете вот таких, да? Spermien. Das sind Spermatazzoide. Okay. Machen Sie mal folgendes Experiment. Prowedite den nächsten Experiment. Sie holen sich ein Mikroskop. Wiesn Sie, was ein Objekt-Träger ist? So eine kleine Glasscheibe. Und dann machen Sie ein paar von diesen Kerlen da drauf. Und gucken mal ins Mikroskop. Dann werden Sie einige Spermien sehen. Dann sehen Sie einen Tropfen Aloe-Vera. Bringen Sie auf diese Schlaftabletten auf. Und ihr schauten sich zu diesen sehr sehr nassenden Spermatazzoiden. Bup, 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 sind sie weg. Und sie beginnen so zu двигаться. Bup, 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 weg. Wenn Sie das mal gesehen haben. Wenn Sie das mal gesehen haben. Verstehen Sie das alles viel besser. Dann machen Sie das mal. Ich komme darauf zurück, was ich dieser Frau empfohlen habe, wo 30 gynäkologen gesagt haben, sie werden nie schwanger. Ich habe beiden 3 mal 100 Milliliter Aloe Vera empfohlen. und ob sie es glauben oder nicht die Frau ist nach sechs Monaten schwanger geworden vom Aloe Vera nicht von mir ich habe das dann so den Verlauf verfolgt und habe mitbekommen, als der Geburtstermin war und habe dann im Krankenhaus angerufen um ihr zu gratulieren, dann war sie am Telefon etwas komisch nicht so richtig erfreut und ich dachte schon, da ist was schiefgelaufen ich habe sie dann gefragt, stimmt irgendetwas nicht mit der Geburt? ich habe sie dann gefragt, stimmt irgendetwas nicht mit der Geburt? sie sagte etwas traurig, doch aber ich habe Trillinge bekommen ich habe mich bei der Patienten entschuldigt, dass ich so viel Aloe Vera empfohlen habe ich habe mich bei der Patienten entschuldigt, dass ich so viel Aloe Vera empfohlen habe meine Damen, das ist kein Joke, ok? wenn sie jemanden treffen, der keine Kinder kriegt, beide Aloe Vera trinken wer möchte von ihnen nochmal schwanger werden? aber welche Aloe Vera von 4 für die Schwangerschaft? dann kommen wir noch dazu wir kommen noch dazu wer möchte nochmal schwanger werden? wer möchte nochmal schwanger werden? kein Wunder, dass Russland ausstirbt nicht so sehr, dass in Russland die Bevölkerung reduziert wird trinken Sie in der Schwangerschaft Aloe Vera und Sie kriegen die schönsten Kinder und Sie bekommen die schönsten Kinder ich schwöre her Ich klenu's.